Juliane, wir müssen hier jetzt noch auf die Bühne. Christian. Christian, kommst du bitte auch noch her? Und jetzt, wo mag der ein oder andere wissen, um was es hier geht? Christian, Krille! Christian, Krille, was ist denn hier los? Habt ihr weit weg gestanden? Habt ihr weit weg gestanden? Christian kämpft sich durch, Galle. Christian kämpft sich fast, es ist hier los. Christian! Hey! Ganz genau, bitte, danke, was du weißt, was euch passiert. Juliane, dein Mikrofon, deine Bühne. Ich weiß, wie schwer es mir fallen ist, jetzt hier hoch zu gucken. Aber ich fand das einfach, dass der passende Rahmen dafür war. Schatz, ich danke dir für die letzten 8,5 Jahre, in denen du jeden Tag hast mein Herz erstrahlen lassen. Vor Glück und vor Liebe. Du bereicherst einfach mein Leben und ich möchte mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Und warum möchte ich dich hier und heute fragen, willst du mich heiraten? Ja! 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 Du tätigst ja aus! Ey, warte mal! Von mir aus könnt ihr auch gerne im Backstage gehen. Ich lade euch auch ein bisschen Jägermeister ein, dass sie erst mal verkraften können, was da passiert ist. Der muss doch jetzt erst mal verkraften, was da passiert ist, ja.